Das ist die Familie Putz, die wohnt beim XXXLutz. Aber natürlich kriegen sie die Garnitur um 70% billiger und mein letztes Hemd dazu. Damit sich mein Länderschatze nicht verkühlt. Ich bin nur nicht die guten Samariter, Herr mit der Decke. Aber Oma Liebling, wer garstig ist, den wählen die Zuschauer raus. Nicht, nicht. Die Leute wollen Reality pur. Und ich will meinen eigenen Container. Der Räumungsverkauf macht auch vor der Familie Putz nicht halt. Wer muss gehen? Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Also ich finde das super.